Herzlich Willkommen zurück bei Bildung Interaktiv. Heute ein ganz kurzes Video aus dem Bereich Politik und Gesellschaft heute. Wir sehen das ja täglich. Am Vormittag ist immer eine Pressekonferenz vom sogenannten Robert-Koch-Institut. Ich denke, die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht so genau, was das ist. Und das wollen wir in diesem Video einfach mal klären und gehen der Frage nach, was ist eigentlich das Robert-Koch-Institut. Und wie immer beschränken wir uns auf die ganz zentralen Informationen, die ihr braucht, um das zu verstehen. Also hier mal das Logo des Robert-Koch-Instituts. Was ist das eigentlich? Nun, dafür findet man überall im Internet Definitionen. In diesem Falle das RKI, also abgekürzt für Robert-Koch-Institut. RKI ist eine selbstständige deutsche Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten. Ich denke mal, da sind eine ganze Menge Krankheiten dann damit abgedeckt. Das RKI war schon der größte Teil. Also Infektionskrankheiten sind für mich übertragbare Krankheiten, zum Beispiel durch Tröpfcheninfektion oder durch Schmierinfektion und nicht übertragbare Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs ist eine nicht übertragbare Krankheit. Als Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege hat es die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick. Das Robert-Koch-Institut wird also immer da tätig, wo es um die Gesamtbevölkerung geht. Also eine selbstständige deutsche Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten, natürlich Epidemien und Pandemien. Und es hat die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick. Und hier noch ein kleiner Zusatz. Das RKI ist nach dem Mediziner und Mikrobiologen Robert Koch benannt, also ein ganz berühmter deutscher Arzt sozusagen, und direkt dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt. Es ist eine Bundesoberbehörde und ist direkt dem Ministerium für Gesundheit unterstellt. Bekommt also seine Anweisungen direkt vom Gesundheitsminister sozusagen. Noch zwei interessante Fakten. Das Robert-Koch-Institut ist die zentrale Forschungseinrichtung in Deutschland auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. Und damit ist es natürlich bei Epidemien, Pandemien, Coronavirus-Ausbreitung, so wie wir das momentan haben, natürlich die erste Stelle in Deutschland, wo sämtliche Daten zusammenlaufen. Und genau das ist auch eine weitere Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Es ist die zentrale Einrichtung des Bundesministeriums für Gesundheit für die Analyse gesundheitsbezogener Daten. Das ist ganz wichtig. Für die Analyse gesundheitsbezogener Daten. Alle Daten, die von den Gesundheitsämtern, von den lokalen Gesundheitsämtern in Deutschland zum Coronavirus erhoben werden, leiten die weiter an das Robert-Koch-Institut. Dieses Robert-Koch-Institut sammelt die Daten, stellt sie zusammen, wertet sie aus und stellt dann diese schönen Kurven und Graphen und Charts zur Verfügung, die ich ja teilweise auch in anderen Videos schon habe und an denen wir so sehen können, wie gebündelt zum Beispiel der Verlauf der Grippewelle oder der Corona-Welle in Deutschland läuft. Also das ist das RKI, das ist das Robert-Koch-Institut. Es ist viel mehr als nur ein Krankenhaus, eine zentrale deutsche Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten. Das wäre es dann schon für dieses Mal. Ich denke, wir haben zumindest ein bisschen Licht in die Frage gebracht. Was ist das RKI eigentlich? Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Ich bin mir sicher, wir hören uns beim nächsten Video wieder.